Ja, willkommen zurück YouTube, weiter geht's. Aus holt ja was, ist wichtig. Ja, mache ich dann gleich, in der nächsten Pause. E, hier wird ein E kaufen. Put away. Slowly, slowly. Na, a bit faster. Na, bis dahin bin ich dir verdurstet, oh, das ist lieb. Aber, das halte ich schon noch durch. Sind ja eh nur noch 20 Minuten. Was ist das? Ein Giant? Der Seid der Frauen beeinflusst dich. Es ist zu kraft. All meine Worte. Sehr gut. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Nach dem, das kommt die Borde. Komm, 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 komm. Rump, komm, komm. Rump, komm, komm, komm. Rump, komm, komm, komm. Rump, komm, komm. Komm, komm, komm. 're da. Hmbeing. Ruhechen... Love. Hm. Tja, bote Frage. Also ich habe nur gehört, dass das Ding bei einem Einblick einer Frau scharf geworden ist. Also muss es wohl eher irgendwas mit Männchen, irgendein Männchen gewesen sein. Die kleinen Bisternerven. Ähm, ja. Dann war es ein ganz doofes Idee, mich mitzunehmen, obwohl der beim Anblick von mir bestimmt nicht scharf geworden wäre. Eher schlecht. Hm. Also das Kuhchen, was ich hier sehe. Hm. Ja, es gibt ja auch den einen schönen Film hier mit, ich glaube Marilyn Monroe aus den 50ern. Eine Komödie hier, Blondinen bevorzugt. Und ich glaube, wenn ich das Kuhchen hier auch blond gemacht hätte, wäre es wohl auch scharf geworden. Spider-Venom. Ah, kann man das sicher gut gebrauchen. Und du, hier muss doch endlich mal ein Ausgang kommen. Ja, 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 Mann. Yippie. Ja, das sind halt so die, oh. Die kleinen Scherze. Äh. So. Braucht man wieder eine Mitarbeiterbesprechung? Ne. Die hatten wir schon. Also schon. Das war's. So was das ist halt. Wunderschön? Wunderschön, Herr. Deep within, we knew of your coming. Wir wussten, dass du am Isten wäre. Also wir, der wir kommen, leden von unserer unbindende Hoffnung in der ErIFER. Okay. Level 15, ein Fighter. Okay, bis dann. Dann bitte Sie auf Wiedersehen. Ein Wort, Herr. Hm. Are you the Arisen? I bring a message from the Duke himself. His grace has judged your feet in slaying the Hydra, most laudable. To honor your noble works, you are hereby welcome to the worm hunt. You may now accept orders from Sir Maximilian, captain of the hunt. Bring this writ to Sir Maximilian outside the castle gates. He will instruct you further. The document confers the status of hunter upon you. Carry it on your person, always. Somewhere over there. You can summon pawns as necessity demands here at the pawn guild. Beyond those gates lies the Duke's castle, I warrant. Hm. Okay. Duke Edmund Dragonsbane. Hello. Can I help you? Alvorea. You cannot take on any more followers without releasing one of your current companions. If you should ever need anything else, do not hesitate to let me know. Okay. Okay. Now, where shall we head? He said he was named Duke before his cavalcade reached Grand Soren's gate. Even now, people worship him as their savior. Okay. Okay. Under his guidance, Grand Soren says man peace and prosperity. Many friends remain at the abbey I left in the west. Hmm. It will take more than a dragon to scare them off. Or me from this place. Okay. Okay. The stairs ahead lead atop the castle walls. The guards do have much to worry on. The enlistment corps scours the land for soldiers to man the frontier holds. Okay. Bards the land over sing of his exploits. Or be it in the broadest terms. Noble Quarter. Yippee. Seems no one knows just how he managed to defeat the beast. Stunning structures, are they not? Homesternites and chambers? Ah, arisen sir. I find myself in a situation most dire. I thought to sell some land I own, to raise capital. I must first admit those who live upon it. This typically requires a rather involved procedure, but times are dire. And I wish the current residents gone with all haste. Hmm. They are not hear this proposal from me, but from the arisen. I like to weigh it carefully. You are my best and final hope in this matter. Can I rely upon your aid? Is it not the charge of arisen to assist all who seek aid? I am well in truly trouble, sir. Your refusal. Any rarities to sell? I'll pay you handsomely. I'll pay you handsomely. Any rarities to sell? I'll pay you handsomely. Ah, arisen. My men have told me much of you. I have expected your visit. I am Sir Maximilian Eisenstern, captain of the hunt. So named by his grace Duke Edmund Dragonsbane. Funny name. I beg your forbearance whilst I detail what is expected of you in the hunt. The worm hunt license you carry permits the bearer to undertake the most vital of tasks. Those missions given by Duke Edmund himself. Of late, all our will is focused on learning of and defending against the wicked dragon. A weighty task to be sure, but one which the fate of the realm and its people rests upon. I am under orders to lend arisen all reasonable aid as they might require. I would pray you return this assistance in kind. Many hopes are pinned upon you, sir. It will be my honor to show you the ready charges for the worm hunt. The choice is yours. Hmm. Certainly. Then here are the details. I have important work for you, though some is of a less urgent nature. The task at hand is just such a case. Will you take it on? As I was setting about to find work for you, I came upon this slate. I know not its origin nor its age, but the writing it bears is old. So old, our men could only read a few words. Dragon, scar, arisen, heart. What little we know, all points to you, sir. Uh-huh. Okay. If there's old of import written there, we need to know. Your task is to find out. Okay. Ah, arisen, sir. I find I am in desperate need of coin and quickly. I own a small parcel of land which could be sold for capital, but first such thing into their lives. Any rarities to sell? I'll pay you handsomely right then. No. I've gained quest knowledge. I feel more familiar with this quest now. Uh-huh. I've dug seven, it feels no to a quest mug on your map, then continue. Okay. What of the eviction dealings, sir? Any rarities to sell? I'll pay you handsomely, right then. Okay. I can't see it. I'll see it. ...but now. 50 tools in the city who might set light on a scissor quiller. Hm. Willkommen zurück. Ich glaube, die Mücke hat mich gestochen. Ich glaube, die Mücke hat mich gestochen. Müssen wir wohl. Da lang. Ich geh doch mal aus dem Weg. Ups. Oh, was war das? Ich bin halt einfach zu süß. Oh Gott. Tut das gut. Das zu wissen. Ups, da war was zum nehmen. Ich habe irgendwas sauberes, saubere Kleidung oder sowas. Okay. Und darin. Closed. Gut. Gut. Hm. Wenn unser Landlord würde uns aus unserer Hause fahren. Vergiss es. Ich werde nicht gehen. Pip. Ich bin nicht egal, wie alt er ist. Er kann uns nicht einfach rauskriegen. Ich werde nie verlassen. Ich werde nie verlassen. Nicht in 1000 Jahren. Hm. Okay. Kann ich noch kurz? Pip. 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 Püpp. Püff. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Hm. Wo bin ich eigentlich? Ah, da. Ich glaube, das heißt, ich bin richtig. Geht es weiter runter? Nein. Ich glaube, das ist ein Schmiff. Ich denke, das ist ein Schmiff. Jetzt, wo wir gehen? Ich denke, das ist ein Schmiff. Ich bin ein Schmiff. Bitte, bitte. Okay. Okay. Ich bin ein Schmiff. Ich bin ein Schmiff. Ich bin ein Schmiff. Ich bin ein Schmiff. Der Schmiff hat nicht ein paar Stunden lang. Der Schmiff ist immer schmerz, der Schmiff ist, weil er ein Schmiff. Ich bin ein Schmiff. Ich wusste lange, dass er nicht lange leben würde. Aber um es zu sehen, um ihn zu sehen, um ihn aus meinem Graschen zu sehen, bin ich mit nichts, aber Rage an meiner Impotenz. Impotenz? Sehr gut. Ah, man sieht uns, dass ich ihn wiederum bringe. Und ich schaue nach Magie. Auch Mörder. Ein alles, um ihn wieder zu mir bringen. Ich weiß es um Schmiff, aber immer noch ich... Im Schluch. Erzähl dich, ich sage dir. Die erste dieser Berg, habe ich von einem Nachdenken gesucht, das mein Sohn und ich in unsere Gehörungen haben. Ja, da kann ich bestimmt helfen. Es ist eine Wäne Hoffnung zu sehen, in solchen Trinkets, ich weiß. Ich fühle mich eine Fülle, dass ich es nicht geliefert habe. Weakstens, ah! Treasures, die Fragments required to funden. Oh! Deliver Wigsen to Olsten. Hm. Ja. Ja. Mit meiner Desperation, ich schraubelte jeden Passagier für jeden Ruhm oder Lied, die es behauptet hat. Einige sagen, die Steine kamen von über die Rift. Einige sagen, dass alle Hoffnung von Revival sterben, wenn die Korruption beginnt zu nehmen. Einige sagen, die Steine, die Steine zu retten, um die Kraft des Wilder zurückzukehren. Wenn das stimmt, gibt es wenig in mir, dass ich sie collectieren. Aber vielleicht in den Händen eines wie die Erwachsen. Nein. Entschuldige mich, Herr. Ich schaue, dass ich mit der Griefe bin. Vielleicht mit denen und meinem Sohn. Aber ich... Vielleicht mit denen und meinem Sohn. Hier! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Lies mir jetzt mal... I think I've talked to you. What do I know of you all right? What do I know of you all? Well, I'm a man of it. Let's go to the bank. Let's go to the bank. Man, that's hammer. Hammer aber viel zu laufen. Na gut, fit genug sind wir ja. No harm in asking more of the common folk. Okay. Okay. So. Irgendwo hier ist jetzt Klaus Rüdiger, den ich sprechen soll. Was für ein süßes Schädchen. Gut, das hast du gehört. Wo muss ich denn eigentlich hin? Was für ein süßes Schädchen? Ich hab schon mal viel zu laufen. Okay. Castle Gate. Hm. 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 Das ist eine schwierige Entscheidung, Sir, und nicht eine, ich würde allein machen. Ich habe eine Frau und ein Sohn. Sie sollten über das Wort sagen. Sie sollten über die Stadt kommen, aber ich weiß nicht. Vielleicht könnt ihr sie finden und erklären. Ich würde ihre Gedanken hören, bevor ich eine Entscheidung mache. Keine Worte, ihr fühlt sich mit Angst und all. Mit Träpidation, mit Entschuldigung. Hm, was würde ich mal sagen? Da trifft sie die Entscheidung. Ähm, ja. Ich hoffe mal, ich bin hier richtig. Was hast du da? Darf ich dich mal ansprechen? Hallo. Kann ich dir helfen? Was ist denn du? Mage. Du kannst nicht mehr weiterentwickeln, ohne einen von deinen aktuellen Kumpanien herauszufinden. Ich bin froh, dass ich mit dir mit dir beheirte. Wir können unsere Schritte wieder crossen. Was für eine solche Kumpanien herauszufinden. Hm, ist das genau? Ein einheimischer Rekuttrick. Hm. Byrook. Boah. Schnappt sich eine von Dorsos Wiesen und kuschelt sie. Boah. Das ist aber lieb. Ist das hier der Eingang, oder kein Durchgang, hm. Okay. 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 Ah. Ah. Virtus looks like... ...but do not process the powers of the... Okay. Yeah. Great. Yeah. I do it myself, but there's orders me away from Grand Soren for a time. Tell your findings to the innkeep. We have an... Dread carefully, friend. And quietly, what's more. The shadow is more simple than you might keep watch over who comes and goes from the castle. Symbol. Those we ought to hide move about after nightfall. You'll learn the rest as you go, Fred. Tell anything you... Okay. Good. What of the eviction dealings, sir? Any rarities to sell? I'll pay you and write them. Ancient writings? Haha. That's simple enough. If you've the coin, that is. What? Oh, you just want alt-red. Let's have a look then. As I said, simply enough. That's dragon here. The rest is no script, friend. Just flourish. This slate's no text. It's a cipher. Like as not, it holds some secret meaning to folk those words relate to. Mhm. Okay. I'm not one of them. I fear that's all I can say, friend. I'm sure you'll find out what you need. What do you have? What do you have? Where is it? Where is it? Where is it? Yeah. Oh. I'm sure you'll find out what you need. Boy there. Quite the pretty little item you have there, friend. Why not leave it with me a while? I'll craft you a forgery fit to fool the maker's own eye. Okay. Food consumatorica. I'll not beat round the bush. I'll have the goods ready by this time tomorrow. Call again then, will you? Yo. I won. Hm. Hm. Okay. Hm. Okay. What's more, the proprietor can furnish forgeries of certain items. Hm. 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 Let me put an a wix and give it to Austin. Give her father named Austin Wix. Wo muss ich schon damit hin? Hm, gut. Was ist so ein bisschen neu für eine Quest. Just Bussara & Pell. Ah, ich glaube die haben wir schon mal gesehen. Hm, ja. Die kenn ich. So, go. Oh, ich sollte mich mal an. Time to save. Hm. Oh, gut. Ah, short break. See you dann, YouTube. So, go. So, go.